Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen Ich kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht Ich bin viel zu Träger, um aufzugeben Es wäre auch zu früh, wenn immer was geht Du hast den Raum mit Sonne geflutet Hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt Nordisch Nobel, deine sanftmütige Güte Dein unendiger Stolz Das Leben ist nicht für Dein sicherer Gang Deine wachen Gedächtel Deine Leidsegelwürde Dein unerschütterliches Geschick Du hast Erfüllung, deine Sterne geboten Du hast sie nie verraten Deinem Plan von Glück Ich geh nicht weg Mit meiner Frist verlängern Neue Zeitreise Offene Welt Ich habe dich sicher In meiner Seele Ich trage dich bei mir Bis der Vorhang fällt Ich trage dich bei mir Bis der Vorhang fällt Ich trage dich bei mir Drück den Umfang Nur so lang, bis wir da sind Dankeschön Ich trage dich bei mir Guten Abend und herzlich willkommen Was für ein schönes Lied Und was für ein schöner Vortrag Wie heißt du denn und wo kommst du her, bitte? Ich bin Bastian Benor Ich bin 33 und komme aus Heilbronn Bastian, hallo Hallo, Steffi Bastian, das ist etwas in deiner Stimme Was ich bezeichnen würde als absoluten Wiedererkennungswert Mir hat sehr gut gefallen Die Zartheit, mit der du dieses Lied vorgetragen hast Das Gefühl, das du vermittelt hast Und wenn du zu dem Entschluss kommen solltest Oder wolltest In mein Team zu kommen, würde ich mich sehr freuen Bastian, ich fand, das hast du gut gemacht Das hast du so gemacht, dass es mich Kurz entführt hat Ich hatte die Wirklich die ganze Zeit am Anfang des Songs Die Augen zu Und hab den Song mitgesungen Und hab dir zugehört Und wir dürfen nur 18 Leute mitnehmen Was für uns alle immer sehr hart ist Aber ich hab mich entschieden Dass du einer davon sein könntest Und ich würde mich sehr freuen Wenn du in mein Team kommst Danke voll schön Hi Sebastian Hi Ist das, was du jetzt beruflich machst Ist das dein Hauptberuf? Das schätze ich sehr Ich hab auch schon eine Entscheidung getroffen Sollte einer dieser Fälle eintreten Okay, jetzt bin ich kurz aufgeregt Warte, lass mich kurz einen Moment Okay, ich bin bereit Ich schreib Deutsch Und irgendwie so mein Herz ist Einfach auch Themen zu besingen Die in die Tiefe gehen Und einfach Nicht irgendwie an der Oberfläche kratzen Sondern wirklich auch Menschen zum Nachdenken Bring Menschen berühren Und das erlebe ich bei einem von euch beiden Sehr stark Und höre auch die Musik tatsächlich schon sehr lange Und inspiriert mich auch schon sehr lange Und deswegen treffe ich meine Wahl heute Und freue mich tierisch Steffi, ich geh mit dir Das war aber ein schönes Kompliment Vielen Dank Herzlich willkommen mein Team Ich freue mich Ich bin sehr, sehr gespannt Wenn wir eine gute Zeit haben Bastian Einen großen Applaus bitte Vielen Dank Ich bin sehr, sehr, sehr